Ach, liebe Leute, ich bin echt mittlerweile so genervt. Ich habe das ja am Thumbnail schon gesehen, der Mahn-Bescheid, der ging nicht an mich, sondern der Mahn-Bescheid ging mittlerweile an zwei verschiedene Kunden raus, die mich so extremst verarscht haben. Ich habe für die Songs produziert und nachdem die Songs fertig waren, wurde man einfach geghostet und die Zahlungen blieben aus. Die beiden haben nicht mal auf den Mahn-Bescheid reagiert, also dem Widersprochen, auch nicht dem Verstreckungsbescheid. So, und jetzt habe ich hier einen Titel und könnte vollstrecken und wenn ich vollstrecke, gibt es natürlich nichts zu holen. Jetzt habe ich quasi vier fertige Songs, die auch schon aufgenommen wurden und fertig produziert wurden und die liegen jetzt einfach so rum und da ist mir dann eine Idee gekommen, dass ich aus der Not eine Tugend mache. Die würde ich aber euch dann gleich erklären. Jetzt kommen wir erstmal zu den Kommentaren. Ja, Hudi! Hallo meine Lieben, der Andi von Töricht hier. Oliver Lecher schreibt hier, BandLab App zeigt auf Win11 nur einen weißen Screen mit Logo und das war's. Was ist da los? Ja, lieber Oliver, diesen Fehler hatte ich ja leider auch schon mal. Das ist ein ziemlich nerviger Fehler. Cakewalk bietet da auch ein Workaround oder eine Fehlerbehebung an. In Endeffekt musst du hier diese C++ Redistributable neu installieren beziehungsweise eine Reparaturinstallation machen. In der Beschreibung habe ich nochmal einen Link dazu, zu dieser Seite, wie das genau geht. Und wenn das alles nichts hilft, dann ist es immer mal sehr vernünftig, BandLab oder den BandLab Assistant neu zu installieren. Aber es geht auch mittlerweile ohne. Gott sei Dank, wir brauchen diesen BandLab Assistant nicht mehr. Wir können Cakewalk jetzt direkt runterladen und auch in Cakewalk direkt aktivieren. Auch hier habe ich einen Link dazu in der Beschreibung. Hm, obwohl das Level angezeigt wird, landet nichts auf der Spur. Aber sprich, da ist dann nichts aufgenommen worden. Ja, war rot und so weiter. Ist mir bisher nicht aufgefallen, weil ich eben per Stepsequencer die Noten eingetrichtert habe. Da ist hinten am Rechner so eine Lasche, die muss ich sicher erst rausbrechen. Oder es ist kein Band drin, aber nichts aufgenommen. Was habe ich verdreht beziehungsweise wieder nicht eingestellt. Levelmeter und Ton funktioniert, Spur bleibt leer. Danke für deine Anteilnahme. Grüße aus Hashtag 401. Ja, Grüße nach 401 zurück. Was bei dir? Wir haben jetzt echt lange hin und her getan und geschrieben. Und wir haben es dann letztendlich herausgefunden. Der Fehler war, also du hast soweit alles richtig gemacht. Die Spur scharf gestellt und auch auf Aufnahme gedrückt. Aber du hast quasi hier unten in diesem Bereich die Noten im Interface eingetippt oder eingeklickt mit der Maus. Und das funktioniert da leider so nicht. Das nimmst du hier überhaupt auf. Und das funktioniert so leider nicht. Das ist auch wieder von VST zu VST unterschiedlich. Manche können das besser, wie zum Beispiel hier bei Native Instruments. Die haben immer so eine Klaviatur meistens dabei, wo ich es mit der Maus einklicken kann. Aber bei allen Plugins, wie zum Beispiel den SI-Buzz, um den es ging, geht das auch ohne. Da haben wir bei Cakewalkers dabei und zwar die virtuelle Klaviatur. Dann kann ich auch während der Aufnahme mit der Maus reinhacken. Oder ich kann es auch hier auf die virtuelle Computertastatur umstellen und dann kann ich mit meiner Tastatur, wie so ein billiges Keyboard, zum Einspielen benutzen. Doch eine Sache ist noch, Chef. Wenn ich die BPM-Zahl hochschraube und dann das Projekt öffne, geht die BPM-Zahl wieder auf 120 BPM. Da haben wir auch schon ein bisschen hin und her geschrieben. Da ging es darum, wenn du ein neues Projekt anlegst, dann hast du ja hier diesen Dialog und du hast hier die BPM eingetragen. Und wenn du danach das Template auswählst, im Template werden nämlich auch die BPM gespeichert, dann setzt sich das immer wieder auf 120 zurück. Also am besten erst das Template auswählen und dann die BPM eintragen. Aber jetzt zurück zu meinem Vorhaben. Also meine Idee war folgende. Ich habe jetzt hier diese Songs, die fertig sind und ich die ja so nicht veröffentlichen will, weil ich auch diesen Menschen kein Gefallen tun möchte. Weil dann käme man es dann nachher so, hey, das ist meine Stimme drauf, der möchte jetzt ein Team dafür haben. Nein, das macht man eben nicht. Und deswegen war meine Idee folgende. Ich ändere den Text und den Text ändere ich so, dass es für mich so eine kleine Genugtuung ist. Also keine Ahnung, wir hatten zum Beispiel den Text, wir waren Krieger unserer Zeit, könnte man umrichten in, ich schicke dir einen Mahnbescheid oder so. Den ersten Song würde ich dann selber machen und würde den auch euch da mal zeigen, damit ihr wisst, in welche Richtung, dass ich textmäßig mir das so vorstelle. Und den zweiten Song, den können wir dann miteinander arbeiten, mit Texten, ich stelle euch dann sogar die Originalspuren zur Verfügung. Bei den Vocals bin ich mir noch nicht sicher, ob wir das so machen, aber ich denke, das könnte ein lustiges Projekt werden. Das macht man quasi aus diesen Projekten, die mich viel Zeit gekostet und auch viel Nerven gekostet haben, einfach was eigenes zusammen als Community. Und den können wir dann veröffentlichen und dann schauen wir mal, was rauskommt. Und hoffentlich geht er durch die Decke, wie alle Songs natürlich. Und dass man dann mit dem Finger auf die Zeug hin und sagt, äh, 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 naja. Ja, ein bisschen kindisch, aber darf man auch mal sein. Weil mich ärgert das wirklich, dass ich so viel Arbeit investiert habe. Und diese, ja, diese P***, ja, anders kannst du das gar nicht mehr sagen. Wir ghosten dich, reagieren einfach gar nicht mehr. Ähm, aber dann auf Social Media, äh, werden sie mit die Hunderter wedeln. Und das regt mich am allermeisten auf. Dass nach außen so derrend, wie als hätten sie so dicke Eier, haben dann in Wirklichkeit so kleine Heberl. Und nicht einmal den Mumm und die Schneid mit jemandem zu kommunizieren und sagen, hey, pass auf, ich kann es mir doch nicht leisten. Nachdem du jetzt, folgt mir leider erst auf, nachdem du gefühlt so 20 Stunden an dem Projekt gesessen bist. Und jetzt mit der, und jetzt kommst du mit der Rechnung daher, ja. Auf jeden Fall könnte das ein Projekt werden, das, allein wenn ich schon denke, würde mir das viel Spaß machen, vor allem mit euch dann zusammen. Schreibt es mir doch gerne in Kommentare. Und bis dahin habe ich hier noch was zum Angucken. Und drunter gibt es, wie immer, ein, na, heute gibt es kein fürchtes Musikvideo zum Chillen. Ich habe nämlich mit einem unserer Einhörngarde, den lieben Hilma, haben wir einen Song miteinander gemacht. Ähm, könnt ihr hier mal reingucken und reinhören. Und bis dahin, Bussi aufs Bauchy Valley und Servus. Und bis dahin, Bussi aufs Bauchy Valley und Servus. Und bis dahin, Bussi aufs Bauchy Valley und Servus. Und bis dahin, Bussi aufs Bauchy Valley und Servus. Und bis dahin, Bussi aufs Bauchy Valley und Servus. Und bis dahin, Bussi aufs Bauchy Valley und Servus.